Wieder gewonnen. Läuft richtig gut bei uns, oder? Ja, läuft sehr gut. Mach ein bisschen mehr. Warum haben wir gestern gewonnen? Was haben wir gut gemacht? Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert, haben uns Chancen rausgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir alle platt nach der englischen Woche. Wir hatten zum Ende auch das Spiel Glück und haben uns alle reingeworfen, haben alle gekämpft und somit auch verdient gewonnen. Wir wollen das nächste Spiel auch gewinnen und dann heißt es auch wieder harte Arbeit für uns. Wir müssen uns immer fokussieren aus den Trainingseinheiten, immer Gas geben und in den letzten Spielen nochmal alles rausholen. Noch mal die letzte Frage. Woran liegt es, dass ihr so ein Fesselt jetzt immer startet und auch die Spiele zu Ende bringen könnt? Man merkt einfach, wir sind geschlossener alle zusammen. Nach dem Spiel, wenn wir gewinnen, freuen wir uns. Die Stimmung ist immer super. Nach dem Spiel, wenn wir gewinnen. Und das wollen wir aufrecht erhalten und das kann so weitergehen. Ich glaube, wir haben sehr gut begonnen. Wir haben die erste Halbzeit geschlossen als Team sehr gut gespielt, haben uns gute Chancen rausgespielt, sind dann auch verdient in Führung gegangen. Klar, zweite Halbzeit wurden wir ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, vorne mehr angelaufen und von daher hatten wir es dann ein bisschen schwieriger. Klar war dann auch das Glück ein bisschen auf unserer Seite, aber das brauchen wir auch mal und ich glaube, dass wir trotzdem verdient 2-0 gewonnen haben. Ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an der Defensive, sondern allgemein, dass wir als Team sehr gut auftreten, sehr gut verteidigen, geschlossen agieren. Jeder für jeden da ist, die Fehler ausbügelt und das macht uns in den letzten Spielen sehr stark und ich hoffe, dass es weiter so geht und dann haben wir noch einiges vor. Ja klar, man hat so nach einer englischen Woche schon einige Kräfte, die dann verloren gehen und ich glaube, wir haben jetzt eine gute Woche Zeit, die Kräfte wieder aufzutanken und gut zu regenerieren und dann mit aller Macht gegen Dortmund versuchen, Punkte mitzunehmen. Danke. Deutsch. Machen wir Deutsch? Deutsch. Okay. Das war ein gutes Spiel für mich. Ich war glücklich mit meinem Tor und ich bin sehr glücklich. Ich weiß, dass, wenn ich schossen, das war mein Block. Ich wollte chippen und dann ein Tor schossen. Es war schwierig für mich. Ich wollte jeden Spiel für die Anfall spielen und es war schwierig für die Bank zu sitzen und ich bin glücklich, dass ich konnte starten. Es war ein schweres Spiel, aber wir haben gewonnen. Das ist das wichtigste. Wir haben gestern gesehen, dass wir bereit sind, um uns zu kämpfen. Und ich denke, wir müssen weitergehen, weil es das wichtigste für das Team ist. Ja, es zeigt, dass wir gut zusammen sind, wie ich gesagt habe. Und wenn wir weitergehen, dann werden wir viele Punkte bekommen. Ich hoffe, dass wir weitergehen. Ich denke, es ist nicht nur ich. Es ist das ganze Team. Ich bin nicht allein auf dem Platz. Und wie ich gesagt habe, wir kämpfen für uns. Und das macht alles einfacher. Vielleicht nicht auf meinem Top-Top-Farm, aber ich bin sicher sicher, dass ich das so weitergehen. Wir sehen uns auf die nächsten Mal. Wir sehen uns auf die Töne von Dortmund. Es wird leichter, weil es wichtig ist, dass alle gut in diesem Spiel fühlen. Dann ist alles möglich. Ich sehe mich auf die Töne und ich sehe mich auf die Töne. Ich sehe mich auf die Töne und hoffe, dass wir etwas gut bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.